Ja, haben wir wieder Aufnahmestarten gedrückt und ich habe noch nicht die leiseste Ahnung, was das überhaupt für ein Spiel ist. Das fängt ja gut an. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht nachgeguckt, ob die Kamera überhaupt geht. Dazu sollte ich vielleicht jetzt erstmal die Controller anschmeißen. Wahrscheinlich entstehen hier irgendwie aus dem Nichts. Ja, Motorcontroller, sehr hübsch. So, jetzt gucken wir aufs Desktop. Da sehe ich auch nicht viel. Das ist blöd. Ja, gut. Wenn die Kamera nicht geht, geht die Kamera eben nicht. Dann sieht man mich eben nicht und ihr habt das nur davon. RunRooms Play, Beta. Das sieht alles gefährlich nach selbstprogrammiert aus. Game made by two enthusiasts. Enthusiasts, genau. RunRoom is our first experience in game development. Please support us to you. Thank you. Ja, okay. Da kann ich jetzt generell nichts zu sagen. Also wenn man das für lau auch noch dann auf dem Markt... RunRoom. Im Hackebeilchen. Okay. Ja, das ist ein bisschen flach, aber komm her, wenn das wirklich selbst geschnitzt ist. Warum? Ach so, ja, die billigen Lampen. Naja. So, was haben wir denn hier alles? Äh, ja. Ach, das ist wieder eins dieses, äh, geht nach Zeitspiele. Wie blöd. Äh, kann ich hier durchgucken? Nein, leider nicht. Stattdessen weicht die Tür von mir weg. Bin ich kleiner geworden? Das sieht fast so aus, ne? Ja? Was haben wir denn hier? Ein Schlüssel! Ich hab'n Schlüssel! Es wird trotzdem so, als wär' ich kleiner geworden. Ja, kann ich denn teleporten? Sonst renne ich hier gleich gegen ne Wand. Teleport, teleport, teleport damit. Nein? Ah, ich kann mit dem Berührungskontroller, kann ich rennen. Ein Geschenk! Schlüssel, okay. Okay. Hey, Tüte voll Schlüssel. Ja? Fängt doch gut an. Aha. Exit, aha. Trotzdem hab ich das Gefühl, ich bin kleiner geworden, obwohl der Fußboden ist noch da, wo er hingehört. Tja. Und da kann ich doch, ich kann mich reinbewegen. Gibt's hier irgendwo einen Lichtschalter? Nein. Dann bewege ich mich da ganz schnell wieder raus. Das kommt mir aber auch finsterlich vor. Hier, Schalter, Lichtschalter. Ein. Das ist auch dunkel. Vor dunkel habe ich Angst. I. Dall. Ho. Keine Ahnung. Da ist dunkel, da ist dunkel, da ist dunkel, das ja voll blöd. Wäre ja auch zu einfach gewesen, ne? Warum finde ich statt so viele Schlüsseln? Eine Kakerlake. Natürlich, die letzte Tür, die ich aufmache, die ist es. War ja klar, ne? Hallo. Darkness. Ja, ein bisschen viel dunkel, ne? Da müsste es eigentlich auch dunkel sein, weil ich da eben schon... Na schön, nicht jeder Schlüssel passt. Kabel am Rücken zieht mich da nieder. Lichtschalter, was haben wir denn da? Don't stop. Ja. Super Idee. Dann versuche ich einfach mal jetzt hier gerade auszulaufen. Mal gucken, ob das klappt. Don't stop. Ich stoppe ja nicht. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Es ist alles schwarz. Dreh ich mich um, ist es nicht mehr so schwarz. Na ja, schön. Oh? Noch ein Schlüssel an der Schnur? Aber wo kriege ich Licht her? Na gut, so geht es auch. So, und jetzt wieder zurück. Mal gucken, ob ich irgendwas plötzlich Helles sehe. Ja, ich sehe was Helles. Und hier baumelt einen Schlüssel. Hab ihn. Das ist einfach nur geradeaus in der Hoffnung, dass ich irgendwelche Türen aufmache. Das klang jetzt so, als wenn da was aufgegangen wäre. Ich laufe, ich laufe immer noch geradeaus, vermute ich. Jetzt habe ich offenbar noch eine Tür aufgemacht. Jetzt drehe ich mich mal vorsichtig um und hoffe, nicht im Nirvana gelandet zu sein. Nein. Da hing auch irgendwas, ne? Da, oder ist es ein Lichtschalter, was da ist? Aha, es ist sowieso schon das, die Null. Ja. Irgendwie nett. Aber wer schmerzt da auch noch? Vertrauens erweckend. Ja, ich laufe wieder irgendwie jetzt. Ich glaube, ich sollte hier gehen. Wer bist du denn? Will ich dich hier haben? Oh, sieht so aus, als wäre ich gerade gestorben. Na ja. Nur mit ohne Licht. Cool. Wie Sie sehen, seht ihr, habe ich vielleicht Taschenlampe irgendwo? Ich habe einen Laser, das ist doch auch was. Aber es war eben rot, kann das sein, dass das ein Lichtschalter war? Aha, da ist ja wohl ne Wand. Und da ist ja wohl ne Tür. Da war wohl auch ne Tür. Ich schätze mal, schnipp. Das ist der wieder. Hm. Ach ja. Ja, also es ist nett. Für lau ist es sowieso nett. Grundsätzlich. Aber es holt mich nicht ab. Aber es gibt keinen Recall. Ist das hier gerade ein Teleport gewesen? Ja, es sieht so aus, ne? Aha, mit dem Mitteldinger kann ich alle mögliche Sachen machen. Möchte ich jetzt nicht zwischwältig verstanden wissen. Gut. Gut. Okay, wir haben es gesehen. Es war nett. Aber ansonsten fühle ich mich nicht abgeholt. Danke fürs Reinkommen. Knopf. Aha. Find the last door or pick up to photos. Space. Ja, ich habe kein Space. Ich bin Space Less sozusagen. Ping. VR beenden. Noch mal Ping. Und. Ja, dann landen wir in einem weiteren Ping. Vermutlich mal. Ah. Sonne draußen. Toll. Yeah. Knirsch.